So, und da geht's weiter, hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja. Wart mal so. Wo ist denn jetzt? Ring! Feuer! Oh, da kommt, da geht was auf, Sir. Ja. Ja. Schau mir mal den Cue da eben. Mach mal. Tun Sie's. Meins! Außer sie hat gefliegt. Ja. Und jetzt? Hatte nicht. Ah, warte, sie müssen mit dem, glaube ich, ah, ja, so, warte, komm mal her, bitte. Dann kann ich ihn da oben drauflegen, so. Dann bleibt es offen. Und jetzt? Wir müssen wieder rein. Sir, spring aus. Feuer frei? Ja. Eins, zwei, drei, feuer frei, du, hoi. So, äh, ja. Jetzt mach mal, ah, mach mal da und da, Portal. Ja, da bliebst du voll da durch. Genau. Hallo, siehst du mich? Da ist er. Hey! Boah, ist das nicht flogen. Und jetzt? Jetzt müssen sie kommen, Sir. Wir müssen wieder ein Portal irgendwie da. Hier, Sir. Ja, was ist das? Verwören sie mich nicht. Hallo, hallo. Ich bin ein Roboter. Ja, gruby. Ah, geil. Ja. Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In mir steckt mehr. Wir sind besser als Menschen. In mir steckt gar nichts, die Lieb. Das ist eklig. In dir steckt ein harter, kalter Bolzen. Wo vorne Öl rauskommt. Das ist eklig. Nein. Ich mag keine Roboter vor. Das ist ein Vertrauen noch unzureichend. Es denkt daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Win. Ich hatte einen Markgeld. Man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliche Zeit. Aber ich habe mir nicht gewunden. Das ist nicht ernst. Ich habe zwar viel Geld. Auf Arm machen ist jetzt cooler. Was erwarte, ich gehe mir durch in das Portal machen. Buttons. Ah, wo gibt es denn euch hier den Cube? Hallo. Sie hätten noch ein paar hier durchgehen können. Ja. Aber was war meine Special Dings gesehen, Alter? Der kommt da oben. Wo ist der Button? Oh, hallo. Oh. Du bist in der Button noch für, Mann. Keine Ahnung. Ach, der ist da. Ich habe da oben. Sir, ich habe Ideen. Machen da und machen da. Na, ich weiß. Ich komme mir jetzt. Aber sie haben eben weggemacht. Das ist brutal von mir. Drücken, Tapos. Ja. Dann siehst du, wie ich fliege. Woa. 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 Special Move. Ich drücke auch Knopf aus. Fliegt der jetzt auch? Tschu. Der fliegt auch. Somewhere over the rainbow. Big man Cube uns. Erledigt ihr. Ja, problemlos. Hier, runter. Ein Würfel. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Jetzt müssen sie mir die Portale hinmachen, Sir. Oh, jetzt bin ich runtergesprungen. War das ein Fehler? Hm, glaub schon. Nein, mach ich nicht durch die Portale einfach. Ich bin ein Roboter. Muss da nicht. Und dann. Aaaaaa. Aaaaaa. Ich will noch gar nicht so weit blieben. Aua. Feuer frei, kommen Sie her. Aaaaaa. Ui da fliegt der Justin Kopfball! Wir sind leicht kollidiert Sir Jaa Oh hier geht's weiter, das werden die Level langsam länger ne? Wir werden größer Sir! Fahr! Ach du Scheiße! Ui Special Saubertrick Sir Hier muss ein Cube rein! Sehr gut Er fliegt Und er fliegt vorbei Der ist zu kurz dabei Schau mal, der ist zu kurz Wie das? Viel zu kurz Alles läuft wunderbar Ne, ich hab ne Idee Wollen wir da nen Propalt drauf machen? Ne Ne, Worte Ach, sie müssen wir hier losfahren zu Aber wie? So hoch komisch leider nicht Ah! Ach, Sir, aktivieren Sie die Knopf vor! Knopf, wo? Er fliegt! Da! Sehr gut Noch ein Cube Noch ein Cube Du kannst nicht ewig Sir, du kannst nicht ewig Cube machen, die gehen an Caputo Nein, der war zu hoch! Der war zu hoch! Zu hoch! Ich muss weiter, dass es weiter hier vorne wird Also, es wird Ah, kein Schlicht! Das passt Ja Du was? Komma! Seilfe! Nichts der Karten! Dann sie auf! Dann sie auf! Dann jetzt Dann sie auf! Dann sie auf! Das war jetzt geil, wie lange ich geflogen bin, nach der Scheiße! einer varit oin oin Und dann 그렇d noch j coding wenn zooming Although муж Margado damit wo aber vorstärken nur die Standbilder in Ladebücher ihr seid wirklich viel zu lang sein wirklich die menschliche Hunde ist die Zeit die ganze Zeit ich hasse die Vorhinein du bist das beste Roboter-Modell umgeschöpft Entwicklung Atlantia Science je eingestellt hat was mit mir Tja, du bist scheiße Tja, ich habe eine Idee, ich weiß, wir müssen gleichzeitig irgendwie Ja, wir müssen Dann fliege ich dagegen, oder? Alles klar Fast, ich nehme mir die Ja, wäre auch nicht Bist du bereit? Bist du bereit, go Und schnell rein Ja Oh, das wieder ein Endlaser Was soll ich machen? Da, hier ist auch irgendwas komisches Das kenne ich aber nicht Ich gehe mal zum Laser F für Countdown drücken Tja What the fuck Ja, hören Sie auf Nein Sie sind über Stapels Ja Ach, ich weiß, ich weiß, wir müssen das erstmal ablaufen lassen Dann muss da ein Portal Und da oben Was, noch einen Sprung nehmen und so, Alter Na nee, das Portal kommt Der Laser muss da ran Ja Er fängt schon wieder an Nein, es geht ja um Zeit Ah, da muss man sich da drauf stellen Nein Ja, ich werde zerquetschen Ja, ich stehe, ich stehe, ich stehe Ja, warte Oh, das war alles ein Fall Das ist voll gutartig 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 Und jetzt? Mach was? Und jetzt? Und jetzt? Was soll ich denn zu machen? Na ehrlich? Ah, ich muss runterspringen vielleicht und dann... Du musst aufnehmen was? Ja, genau so Genauso Meinst du? Ja Na toll Ja, ich hab kaputt gemacht Schnell Ich mach den, diesen Backen da Leg ich denn dagegen aus? Mach schnell Spring Aaaaah Aua Hör, hallo Hör einfach Sir, komm mal Sir, komm mal Achso, Sir, warte ich bin dagegen, dann geht die Tür auf Sir, geh nicht durch die Tür Sir, wecken? Ja Ja Hallo Man kann aber die Tube dagegen fliegen lassen Kann auch voll so Cool damit Ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken verdient Nein! Das hört sich nicht gut an Nein, ich will weitermachen Ich will nicht unoffiziell, das ist auch nur so verbunden Nein Das ist nicht toll Hallo Nein Doch, böse Hallo Hallo Warum nimmst du mir zu, wenn du vor mir stehst du zu tun? Hallo Nimmst du selber Nein, egal, ich hab nicht hier nur die Hand, weil ich muss man anstrecken Ich muss man anstrecken Das ist doch eine Gedenkübung, ist das Und du denkst mir zugehören, euch falsch anwieder Wow Wie sieht das denn hier aus? Sie sind völlig langweilig und wertlos Das ist nicht offiziell, so Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet Die richtige Antwort lautet Null Sekunden Oh, hier sind Cubes, Sir Wo ist runterfalllos? Hier Cubes, aber die gehen runter Ich kann aber umstellen, dass die hochgehen, aber wo? Weil da ist ein Pfeil, der nach unten, nur nach unten geht Ich muss, ja mit dem Laser bestimmt irgendwie Ah, ne, da muss man den Knopf drücken Ah, da hinten ist noch so ein Länge, ne? Ach so, ich hab ne Idee Ich brauch ne Cub So, ja, guckin 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 Das zum Cub Na, und jetzt? Ja Da muss man dann zu überlang fliegen und sich den Cub holen dann Oh, schön Ja, mach du, mach du dann neben Portal und dann da hoch, oder? Ja, da dann Okay, warte Okay, warte Das dauert immer bis es, bis es kommt, ne? Also Siehste Warte Jetzt Nein Nein Wieder zurück Oho, ich komm zurück Oho, ich komm zurück Okay Frig! Dann, jetzt Jaaaa Hier war Niooo Oho, der Cub ist kaputt die ganze Nein, ich seh's doch Nein, guck sie hier Haha Ey Lenk dir Strahlen rum Oho Oho, das musst du festhalten Oho, das musst du festhalten Was hört dann auf? Oh, da haben sie so Vitamine hört dann auf, guck mal Ja Und jetzt? Was? Da musst du Da so fliege aus Da rüberfliegen, ne? Da rüberfliegen, ne? Ja, stimmt, wenn das auch rüberfliegen ist, ne? I believe I can fly I believe Und ich? Warte mal, ich guck mal was hier geht Ja, so nah, autorisiert Personal, oh, irgendwie Was bin ich? Oh Und ich kann hier Portal reinmachen Ja, und jetzt? Ach, Sir, warten Sie mal Wir müssen den Laser gleich in den Portal hier rein nehmen Warten Sie Ähm Wart mich nur wie So, ich bin in nem Haus Mit dem Laser Ja, sehr gut Mal rein In das rote Pfeil Weiter runter? Warte, ich kann... Geht nicht Aber doch, ich kann weiter runter Hier Jawoll Noch ein bisschen weiter rechts? Warte Guck mal die Partnerperspektive, Sir Ja Oh Das hier bimmelt Ach, komm Und jetzt... Und jetzt? Machen Sie nochmal Was nochmal? Lasers aus hier Oh Ach, sie müssen rüberkommen jetzt Ach, ist ja jetzt... ich muss nur wieder klatschätig den Hebel drücken und dann weiterkommen ja 3 warte warte wir machen mal anders ich denk's ne Runde mach mich nicht block mich nicht treppen renen du blockst mich es ist die Schmerzungsstätten vor das machen wir noch dann zu einem Jahr und ich habe mich damit wieder klar sie das ist außerhalb aus der Dänzungen können sich die Montierende und nicht vergessen es gibt immer auch keinen Zollauf wie ihr euch anseht. Fertig, denke ich jedenfalls. Ich habe nichts. Naja Leute, das war's mit diesem Part. Nächster Part auf Basti's Kanal. Bis später, ciao. Ciao, ciao.